Herzlich Willkommen zurück bei Starblood Arena. Heute geht es um den zweiten Game-Modi. Gehen wir mal hin. Spielen. Einzelspieler. Burn. Okay, bestätigen. So sieht jetzt mein Schiff aus. Ich habe den noch ein bisschen abgeändert. So, Football-Feld. Gut, legen wir mal los. In dem Spiel geht es darum, dass ihr euch einen Ball schnappen müsst und den ins Tor bringen müsst. Und natürlich verhindern, dass das gegnerische Team punktet. Müssen wir halt die Gegner abschießen. Sie versuchen uns abzuschießen. So, jetzt haben wir auch schon gleich ein bisschen rockige Musik hier. Dann geht das jetzt schon los. So, da drüben wird der Ball angezeigt. Der Gegner hat den schon. Oh, scheiße, ich habe das falsche Tor geschossen. War nix, war nix, war nix. Ich habe ihn wieder. Da rein. Und gepunktet. Hört auf meine Abschüsse zu spielen. Oh, da legen wir mal ein paar Mienen hin. Das hilft dann auch ein bisschen. So, da müssen wir mal gucken, wo der Ball ist. Da ist er. Wurde attackiert. Da ist er bei. Den holen wir uns jetzt. Ganz, ganz fix. So. Oh, oh, oh. Gegner. Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Und gepunktet. Da kommt das schon. Ja, da haben wir ihn wieder. So. Wunderbar. Ja, die Schilder werden immer repariert. Oh. Ah. So, suchen wir mal den Ball. Ich bin gerade auch mein Display nicht angezeigt. So, in diese Richtung. So, ich habe gerade tatsächlich noch den Überblick verloren. Müssen wir jetzt auch oben oder wo? Da oben, was er. So, wo ist's? Da. Gepunktet. Sauber. Ja, aber wie ihr seht, das kann echt hektisch werden hier, aber es ist total geil. Geiles Arena-Spiel, ich sag euch das. Ich bereue es kein bisschen, diese Spiegel holt zu haben. Ich freue mich auf den Multiplayer. Mit euch. Ha, haben wir erwischt. So. Wo haben wir den Ball? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Irgendwo hier oben. Da. Höre, 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 höre. Ah. Wo seid ihr denn jetzt hin? Noch eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. So, da oben ist er. Okay. Wir haben ihn. So, komm, noch einen letzten Punkt wollen wir noch machen. Flick, 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 flick. Shit. Da ist er. Noch ein. Ah, komm. Komm, 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 komm. Zeig es mir. Oh, Mist. Man hat mich wieder erwischt. Ah, ist eh zu Ende. Alles klar. Hey, das lief doch mal klasse. Football-Fade. Das war Football-Fade. Das ist echt cool, das Game. Echt, echt cool. Also, wenn ihr das Spiel holt, ihr könnt gar nichts falsch machen. An Motion Sickness kann man sich gewöhnen. Ich habe das jetzt schon auch nicht mehr. Das macht auf jeden Fall jede jene Menge Spaß. Okay. Dann schaut mal rein zum nächsten Mal. Wenn es geht um den dritten Game-Modus. Okay, bis denn. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Danke, danke. Ciao, ciao. Euer GermanyFoxy.